Jetzt habe ich völlig vergessen heute zu filmen. Das ist heute alles so aufregend hier im Amano Hotel. Wir sind gerade beim Mittagessen und ich habe schön, was habe ich denn gegessen? Tiramisu. Tiramisu esse ich nämlich gerade. Und ich habe diese komischen Nudeln, wo was drin ist. Wie heißen die denn? Tortellini, Ravioli, sowas in der Richtung. Und jetzt geht es weiter und es macht total viel Spaß hier mit Kolleginnen und Kollegen. Auf dem Weg nach Nürnberg gibt es hier Käsebrot. Jetzt bin ich aber auch ganz schön geschlaucht nach so zwei Tagen hier froh wo ich in Berlin jetzt sitze. Ich bin in Nürnberg im Motel One und es gibt was leckeres kleines zum Abendbrot. Kleine Snacks. Gute Nacht. Musik Musik Musik